Eine der häufigsten Behandlungen, die wir hier auch durchführen, ist sicherlich die Behandlung der Lippenregion. Und man sieht hier, welche Regionen hier behandelt werden müssen, damit man ein natürliches Ergebnis durchführt. Die Behandlung sollte auf jeden Fall als Minimumstandard durch ein Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie durchgeführt werden, der notwendigerweise natürlich die Erfahrung dafür haben muss. Aber so wie es bei jedem künstlerischen Bereich oder künstlerische Tätigkeit, die jetzt auch noch verbunden wird mit hochwertiger Medizin, der Fall ist, muss man natürlich auch sich individuell auf den Patientenwunsch anpassen können und auch das Verständnis für die Arbeit haben können. Ich denke, in dem Fall ist das gewährleistet und die Patientin schaut sich das Ergebnis an und ist, wie der Arzt selber, auch sehr, sehr zufrieden mit dem Endergebnis.